Es gibt da eine ganze Menge von Gremien, die da hinter den Kulissen arbeiten. Also ich meine, das WEF ist eines dieser Gremien, Klaus Schwab ist sicher einer dieser Menschen, aber es gibt da noch ein paar andere Gremien, die ganz interessant sind. Also einmal die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die versammelt die wichtigsten Leute aus dem Finanzsektor, gerade die Zentralbanker, regelmäßig alle zwei Monate. Dann gibt es die Group of 30, wo auch wiederum diese Leute drin vertreten sind. Dann gibt es natürlich auch diese Bilderberger Gruppe und so. Also da gibt es ganze Menge private Zirkel und diese privaten Zirkel werden ganz sicherlich nicht in der Öffentlichkeit tagen, sondern die werden da wird untereinander alles ausgetauscht. Und also ganz interessant in diesem Zusammenhang ist ja, wie wichtig heute auch so Handynummern sind. Also ich habe eine Information aus der Schweiz, ich lebe ja teilweise in Zürich auch, also was, die ich ganz interessant war. Also ich habe mit jemandem aus der Familie Ringier gesprochen und die Familie Ringier zahlt seit einigen Jahren Gerhard Schröder, dem ehemaligen Bundeskanzler, eine Million Franken pro Jahr. Und dafür muss Gerhard Schröder nicht viel mehr tun, als einen Tag im Jahr in der Firma auftauchen und mit dem Chef einmal essen gehen und mit dem die ganzen Handynummern austauschen. Also dafür bekommt er für diesen Beratervertrag, bekommt er allen Ernstes eine Million Franken im Jahr. Also da sehen Sie, wie wichtig diese direkten Kanäle zueinander sind. Und deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel diese Schule des WEF so unglaublich wichtig ist, weil ich meine, Angela Merkel ist in ihre Karriere reingestartet und hatte sofort die ganzen Handynummern von Sarkozy, von Blair, von Gordon Brown, von Juan Manuel Barroso. Also da ist eine Gruppe von Leuten, die in Gang ist. Und interessant fand ich ja, also die für mich besonders interessante Information war, dass beim IFF, also bei diesem International Finance Forum, unter der Führung der chinesischen kommunistischen Partei, dass da im wissenschaftlichen Beirat genau die gleichen Leute sitzen, die im WEF sitzen, die in der Group of 30 sitzen und die in der BIZ sitzen. Also da ist, da wird hinter den Kulissen. Natürlich gibt es, also ich glaube nicht, dass es da einen oberen Top-Circle gibt, weil diese Leute haben natürlich alle viel Macht. Und es gibt auch noch eine Figur, die wir jetzt im Verlauf des Gesprächs gar nicht erwähnt haben, die auch ungeheuer wichtig geworden ist. Und das ist der reichste Mann der Welt im Moment, das ist Elon Musk. Also Elon Musk hat ein paar Firmen, die sind, die sind ungeheuer wichtig. Also der hat die Firma SpaceX. SpaceX betreibt inzwischen 1.800 Satelliten, die im Umlauf sind. Also SpaceX spielt auch eine wichtige Rolle im Ukraine-Krieg. Er hat den ukrainischen Drohnen die Möglichkeit gegeben, über sein Satellitennetz da zu funktionieren. Also er beteiligt sich praktisch aktiv am Ukraine-Krieg auf der Seite der Ukraine. Und er hat auch noch ein paar andere Firmen. Der hat zum Beispiel die Firma Neuralink. Die Firma Neuralink arbeitet daran, Menschen mit dem digitalen System direkt zu verbunden über, im Moment hauptsächlich über Platinen und Implantate. Also das ist so, dass die tatsächlich daran versuchen, bestimmte Betriebssysteme in den Menschen zu implementieren. Und da gibt es also auch erste Erfolge. Also unser eins, wenn wir jetzt Informationen suchen, wir müssen noch an unseren Computer gehen und Google öffnen und über Google fragen. Aber diese Fragen, die können sie auch geistig stellen und die kann ihnen ihre implantierte Platine da beantworten. Also das ist inzwischen so weit, dass man einen Menschen so auf diese Art und Weise mit dem Internet verbinden kann. Und natürlich bedeutet das auch, dass dieser Mensch dann, wenn er dann über Wikipedia seine Informationen erhält, dass der dann auch von Wikipedia in die oder in die Richtung gesteuert werden kann. Also wir stehen im Moment an einem unglaublich gefährlichen Scheideweg. Und wenn dieser Weg so weitergegangen wird, wie die Transhumanisten das wollen, dann sieht die Zukunft wirklich ganz düster. Und dann kannst du es dann.